Er kommt wieder besser ins Spiel. Ben Khalifa mit der Möglichkeit, aber er zögert zu lange Chance weg. Oder doch nicht. Brahimi trifft zum 2 zu 2. Ben Khalifa doch alles richtig gemacht. Und der Schuss des eingewechselten Brahimi von 2 nach 8 gefälscht. Zauber ist halt eine Chance. Hittige Aktion auf der Führerzeit. Das ist ein guter Spiel. Möbeligkeit und 1er Tor für die Grasso Pass. Merki, Brahimi. 1 zu 0, 79. Minute. Goldenes Händchen von Uniporte. Prohimi mit einem 2. Saisontreffer und da kommt sogar Roma Türkin. Über die 20 Spielfeld gebringt. Und Kranburi und Prohimi zu seinem 2. Saisontreffer. 1. Saisontreffer. 2. Saisontreffer. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.